willkommen liebe roblox freunde zocker und sonstiger ja mein sohn hat mich beauftragt level 15 zu erreichen und dann soll ich euch mal mitnehmen zu level 15 dürfen spielen wie ihr seht roblox zerstörung simulator level 14 sind wir und level 15 wollen wir erreichen level 1 ist offen wollen wir nicht absteigen absteigen jetzt hier rein und so rucksack ist schon ein bisschen größere rucksack ja wir haben schon coole waffe die schnell noch ja da wird mein sohn mal sieht das pappert auch als fett mal zwei weine zeigt man sehen dass man noch level 15 wenn hier wahrscheinlich noch zocker hoch war ich kann gerne mal vorbeginn zu durch den roblox der fett mir echt an in dieser zerstörung simulator sowieso so dann gehen wir mal weiter 46 27 3 5 eh das ist ja langweilig hier muss ja nicht mal so was passiert ja das holen wir jetzt mal mit einmal zweimal 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 waaah saufl haha so die Jungs haben auch auf den Rand mit dem kleinen komm die weg wollen wir jetzt mal hier her und waaah hinlegen hinlegen und wegrennen hinlegen und wegrennen hinlegen und wegrennen nicht wegrennen nicht wegrennen jetzt waaah so gut so kein Rott kein Stach ich habe keine Ahnung was das war bam bam das muss doch gleich auch voll sein 2140 war es denn schon jetzt machen wir mal auf den Rest mal gucken was hinten machen wir jetzt wieder hm bam vorbeschuss eh wo wir da hin wo wir denn wo wir denn wieso komm ich ja nicht rein waaah wieso komm ich ja nicht rein gut ok warum soll ich nicht rein kommen schießen wir mal ein bisschen ja die wache ist schon ziemlich schnell langsam so rucksack voll kein platz mehr für ziegel verkaufen verbessern wir haben ja nur 2500 geschäft so wir brauchen die next best sieben 1500 wir haben 7000 die wir wollen die 200 exklusion mal 200 mal 30 haben wir ja 2,2 millionen die blaue hier 4 millionen 5,7 5 10 millionen 20 35 und das sind dann schon die Roblox Währungen und die haben ja sowieso nicht ja Freunde was machen wir denn jetzt sammeln wir jetzt ähm Moment ich nehme ja die mit 30 und kann wir sammeln mit 15.000 gut müssen wir uns auch behalten müssen wir die schaffen wir wollen ja Level 15 erreichen ich glaube wir verreichen ja hier auch bamm 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 oh warte mal warte 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 hier weg 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 sonst weiter LKW können wir uns schießen weil wir vorne nicht freuen was meint ihr fällt 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 und natürlich fällt und natürlich cool so aber das dauert jetzt ganz schön lange bis wir jetzt den Rucksack nochmal feuer hat wir warten und gucken wir schießen das jetzt hier nochmal nochmal und gucken wir was haben wir jetzt hier noch zu schieben hat Spaß macht so meine Felder so gucken wir mal hier lang auf 720 3 automatically und die 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 deine die 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 Solange werden wir hier noch gemeinsam zocken Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neun, 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 neun Das weißen sich, es gibt aber wirklich immer nur, kein Popsikel, kein EP Ja, was da irgendwo was geben uns mehr gibt Das ist angenweilig Ich bin mir eigentlich auch selber für mich Das sieht seinen Schuh aus Das sind ja mittlerweile, die auch ein Popschen und Kleinen Das muss ich 15000, was wollt ich mit euch noch mal rein? Ich dauern wir noch mal rein Für die bessere Woche, ich bin mir nicht gespannt, was ist denn aus dem Lassen? ganz nebenbei doch dann natürlich diesen kanal hier ab und wie gesagt das ist eigentlich mein sohn draufgebracht er hat gesagt papa guck gerne youtube-videos ich habe auch so einen kanal mein solcher soll ich nur noch an dem langsimmer damit zu machen das fängt seit 7 Jahren ja und dann auch vorab und zu schon mal eine Playstation und hier noch bei uns bei Papa am PC und beeilte mich mit euch, ich schulde mich gar nicht mehr, ich schieße hier mal Löcher in die Luft und unser Rucksack ist gleich voll und bam fack auf 12 12,6 gut dann noch eine Runde ah, was wirst du? wie hast du? klacke klacke was halten sich auf klacke ha, das ist wirklich klacke naja klacke so die haben alle viel schöne Uniform und ich will mal so nochmal drüber reden ich geh drauf mit Schnauern Moment wenn bam 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 ja 2 wenn wir jetzt noch 5 Minuten weiter machen hier könnte das so sein, dass wir dann sogar das Level 15, was wir ja erreichen wollen können na ja es gibt halt immer nur 46, 90, 35, 42, vielleicht gibt es noch mehr, 50 50 nah das kommt vorbei mit jemandem so ich weiß nicht mal, ich fühle zu sein ah das kommt drauf an, wie ich eben meine Was piept denn? Alter! Alter! Wie geil ist das denn? Liege ich jetzt ein bisschen hoch? Ne. Dann schießen wir mal lieber mit uns verbattern, oder? Und haben dann gepasst. Alles hier voll. Bam! Sehr, sehr schön. So, Freunde. Jetzt verschießen wir hier mal noch die Bahn. Und dann haben wir... Halten umsackvoll. Was macht denn da hier drinnen? Ich denke, es geht nicht so schnell. Wahrscheinlich, wenn ich mich hier selber ruhig nachübe. Dann sind wir noch mal wieder umsackvoll. Und hier wohnt ich hier bei den Spielkindern. Was ist das denn? Ähm... Pröpfstellt bei... Äh... ...und das Level 15. Baaah! Dann schießen wir noch mal jetzt. So lange sind wir kaputt. Das ist das Wunder. Ja, dann holen wir uns mal die neue Wache. Hier holen wir uns noch zusammen. Rucksack voll. Klang, klang. So, eine Preise nehmen. Danke fürs Zuhören. Daumen hoch. Abo. Und bis zum nächsten Video. bis zum nächsten Video. Tag, tap.